Was macht der da? Hallo Markus, Markus, hallo, hallo? Oh, hi Sophia, was machst du denn? Hi, ich hab dich viermal gerufen. Oh, tut mir leid. Wir sind ja heute verabredet für ein neues Video. Ja, wir wollten ein Video drehen. Stimmt, ich hab eine Idee, wir machen eine Was-würde-Eher-Challenge. Oh, das hört sich cool an. Du brauchst bloß noch ein Blatt, wo auf der Vorderseite dein Name steht und auf der Rückseite mein Name steht. Und natürlich zehn Fragen, die wir uns dann gegenseitig stellen. Oh, und die Zuschauer sind ja auch schon da. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ein herzlich Willkommen bei Beste Freunde. Ja, Beste Freunde. Und wir starten jetzt mal los. Der Markus liest die Fragen vor und wir starten mal. Ich fange Anna. Ja. Wer würde eher auf Süßigkeiten verzichten? Warte, wir machen auf drei. Eins, zwei, drei. Da sind wir einig. Ja. Okay. Aber wohl. Dann, dann. Du bist dran. Ja. Wer würde eher in der Öffentlichkeit pupsen? Drei, zwei, eins. Weißt du, warum? So. Komisch jetzt, aber ich habe mich selber genommen, weil ich, was raus muss, muss raus, ne? Wer würde eher auf Alkohol verzichten? Eins, zwei, drei. Warum hast du mich genommen? Keine Ahnung. Warum? Warum hast du mich nicht genommen? Du, du, du nimmst dich? Du, dein, du bist dran. Okay. Wer würde eher ein Tätow stechen lassen? Drei, zwei, eins. Ja, würde ich machen. Dann bin ich dran, schon mit der, bei mir. Okay. Wer würde auf der Straße sich stellen und singen? Drei, zwei, eins. Also, äh, auf der Straße singen nicht, aber in der Dusche. Ja. Aber anderes Thema. Okay, du bist. Wer würde eher eine Woche ohne Henny aushalten? Drei, zwei, eins. Ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht machen. Ich eigentlich auch nicht. Dann bin ich dran, ne? Ja. Wer würde eher ein Monat, ein Monat nicht duschen? Oh, uf, uf, uf. Drei. Zwei. Zwei. Eins. Ja. Wir mussten einen nehmen. Also, ähm, ich hab früher mal das gehasst, äh, duschen. Aber jetzt, äh, bin ich wieder, äh, ja. Du bist. Also, jetzt kommt eine lustige Frage. Wer würde eher seine Haare pink färben? Drei, zwei, eins. Ja, das würde ich gerne machen. Ja. Egal, bei einer Wette oder so. Okay. Wer würde eher in der Öffentlichkeit pupsen? Das haben wir. Habe ich mir auch überlegt. Dann, äh. Dann, was würde eher, wer würde eher auf Chips verzichten? Drei. 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 Eins. Eins. Na? Na? Weil ich so der Fanatiker bin an Chips. Ich mag eigentlich auch Chips. Ess sie auch gern, aber, ja. Okay. So, du bist dran. Dann hab ich noch auf, äh, wer würde eher auf eine Schlagerparty gehen? Drei. Zwei. Zwei. Eins. Eins. Beide. Weißt du, warum? Ich war schon mal auf einer Schlagerparty mit meinen Freunden. Mallorca-Party. Okay. So, dann bin ich, ne? Ja. Wer würde eher in die Vergangenheit reisen? Drei, zwei, eins. Ich hätte auch den, hm, dich genommen. Okay, du bist. Ja. Wer würde eher mit Heim tauchen? Also mit Haie. Drei, zwei, eins. Ich muss da einen nehmen. Also ich werde nicht mit Heim tauchen. Okay. Du bist. Ich hab schon eine Frage, aber, äh, wer würde eher einen ganzen Tag im Bett verbringen? Einen ganzen Tag. Drei, zwei, eins. Ja. Ja. Hoch. Ein Tag im Bett. Also manchmal muss das sein. Das hab ich schon mal gemacht. Manchmal muss das mal sein. Ein Tag. Mal. Ja. Wenn man zu viel davor gemacht hat. Ja. Jetzt bin ich, ne? Ja. Ähm, wer würde eher Nutella ins Gesicht schmieren? Drei, zwei, eins. Okay. Dann bist du wieder dran. Ich würde lieber essen in den Nutella, aber nicht in mein Gesicht schmieren. Ja. Dann hab ich noch die letzte, bei einer Schnulzewein. Drei, zwei, eins. Ja. Ja. Aber ich hab noch, ähm, drei Fragen. Ja, dann. Ähm, wer würde den japanischen Fisch aus der, ähm, Mix-Challenge essen? Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Ja. 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 Dann, wer würde... Und Leiden nicht vergessen. Genau. Wer würde, ähm, einen Fremden küssen auf der Straße? Auf dem Mund oder auf der Backe? Egal. Auch egal. Mann oder Frau. Okay. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Ja. Ja. So, jetzt kommen wir zur allerletzten Frage für heute. Wer würde eher Kakerlaken essen? Drei, zwei, eins. Ich glaube, beide. Wegen dem Fisch. Ja. Okay, cool. Das war's auch schon wieder, ne? Ja. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Dass ihr nix verpasst. Genau. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Mal wieder. Wieder. Jo. Tschüss. 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 Ach Gott. Studio fråbello. Bgu��고. Grecke, Цittag. Rompasone. Bgu откolsch.